Der Streit um Marc Marquez Strafe für die Kollision in Portimao nimmt kein Ende. Auf ein eltergültiges Urteil werden wir wohl noch Wochen warten müssen. Was da jetzt genau passiert und was die neuesten Entwicklungen sind, das schauen wir uns gemeinsam an. Der ganze Fall ist etwas kompliziert, also beginnen wir mal ganz am Anfang. Marc Marquez hat ja für seine Kollision im Grand Prix von Portugal mit Jorge Martín und Miguel Oliveira eine Double Long Lab Penalty erhalten. Das war das Urteil, Marc Marquez hat das akzeptiert, aber dann ist Folgendes passiert. In dieser Strafe, in diesem Urteil der Stewards ist drinnen gestanden, diese Double Long Lab Penalty gilt für den Argentinien Grand Prix, also dezidiert für den Argentinien Grand Prix und nicht für das nächste Rennen, an dem Marc Marquez teilnehmen wird. Jetzt ist es aber so, dass Marc Marquez in diesem Wochenende in Argentinien nicht starten wird, weil er sich über diese Kollision einen gebrochenen Daumen an der rechten Hand zugezogen hat und somit würde diese Strafe de facto einfach erlöschen. Das hat dazu geführt, dass die MotoGP Stewards am Dienstag nach dem Rennwochenende nochmal eine Art Klarstellung veröffentlicht haben, in der nun drinnen stand, nicht für den Argentinien Grand Prix, sondern für das nächste Rennen, an dem Marc Marquez teilnehmen wird, gilt diese Strafe eben. Gegen diese Abänderung des Urteils hat nun wiederum Repsol Honda in Vertretung von Marc Marquez eine Berufung eingelegt, weil man sagt, man kann dieses Urteil nicht einfach nachträglich abändern. Worauf sich Honda da beruft, ist ein Paragraf im Reglement, wo drinnen steht, dass eine Entscheidung direkt am Austragungsort kommuniziert werden muss oder wenn das nicht möglich ist, per eingeschriebenen Brief oder E-Mail. Das Urteil wurde ja aber am Austragungsort in Portimao bereits gefällt und auch kommuniziert und deshalb kann man das laut Auffassung von Honda da jetzt nicht einfach nachträglich mit einem Brief oder mit einem E-Mail eben anpassen. Diese Berufung von Honda wurde nun am Donnerstag in Termas de Rion, dem Rahmen des Argentinien Grands, behandelt. Durchgeführt wird das Ganze von den FEM Appeal Stewards, die FEM Appeal Stewards sind nicht zu verwechseln mit den FEM MotoGP Stewards rund um Freddy Spencer, die ja grundsätzlich mal die Strafen, wie diese hier für Marc Marquez aussprechen. Die Appeal Stewards sind FEM Funktionäre, also Funktionäre vom Motorrad Weltverband, die aus einem Pool herausgesucht werden, in diesem Fall sind das die Herrn Paul King und Armando Marquez vom portugiesischen Verband, weil sich die Strafe auf den Grand Prix von Portugal bezieht. Armando Marquez übrigens nicht verwandt hat auf eine Schwierigkeit mit Marc Marquez, dass er an dieser Stelle nochmal erwähnt. Was machen diese FEM Appeal Stewards? Nun, naja, die haben die Möglichkeit das Urteil der MotoGP Stewards entweder zu bestätigen oder aufzuheben. Und die Appeal Stewards haben sich am Donnerstag in Termas de Rion dazu entschieden, keines von beiden zu machen, denn sie haben noch ein kleines Schlupfloch im Reglement, das besagt, dass sie keines von beiden machen müssen, wenn sie sich aus validen Gründen nicht in der Lage sind, den Fall zu behandeln. Genau, das haben sie jetzt eben gemacht. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick etwas, sagen wir mal, drückebergerisch, ist aber meiner Meinung nach eine relativ gute Entscheidung, denn worum es hier mittlerweile geht, ist eine rein juristische Frage, wie gehört dieses Reglement, das festgeschrieben ist, korrekt ausgelegt, hat jetzt eigentlich nichts mehr mit dem Motorsport zu tun, sondern einfach nur rein juristische Angelegenheit, wie steht das drinnen, was bedeutet das im konkreten Anwendungsfall. Und die Herren Paul King und Amanda Marquez, diese FEM-Funktionäre, sind eben FEM-Funktionäre, haben vielleicht Ahnung vom Motorsport, aber sind keine Juristen. Was nun passiert ist, dass dieser Fall von den Appeal Stewards weitergeleitet wird an den Court of Appeal, ein Gremium, in dem Juristen drinnen sitzen und die sind in diesem Fall sicher besser beschlagen als die FEM-Funktionäre. Die weitere Vorgehensweise ist nun folgende, der juristische Direktor der FEM, also des Motorrad-Weltverbandes, er nennt jetzt die Mitglieder des Court of Appeal, sind eben wie gesagt Juristen, und dieses Gremium hat dann vier Wochen von heute an Zeit, um ein endgültiges Urteil zu fällen. Wir dürfen aber wohl schon ein bisschen früher mit einem Urteil rechnen, denn wenn wir uns zurückgehen an den letzten Fall, den dieser Court of Appeal behandelt hat, das war nach dem Katar-Gumpri 2019, dieser Streit um den Ducati-Schwingen-Spoiler, da werden Sie sich vielleicht noch daran erinnern, damals war es so, dass von der Beauftragung des Court of Appeal neun Tage bis zur Anhörung vergangen sind und dann nach weiteren vier Tagen haben wir ein endgültiges Urteil gehabt, also insgesamt 13 Tage, das müsste also bis zum Amerika Grand Prix in Austin von 14. bis 16. April auf jeden Fall klappen. Wenn, und das ist ein großes Wenn, der Fall nicht zur allerletzten Instanz geht, sollte Honda jetzt nämlich in diesem Fall vor dem Court of Appeal wieder abblitzen mit der Berufung, dann hätte man immer noch das Recht vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS in die Schweiz zu gehen, das ist die allerletzte Instanz, die Entscheidung, die dort gefällt wird, die ist dann endgültig, dann könnte sich dieser ganze Prozess aber nochmal mehrere Wochen hinziehen. Ihr seht also schon ein mächtiger Schlamassel, in den sich die MotoGP da schon beim Saisonauftakt reingeritten hat, das Ganze hat natürlich auch nur diese Dimension angenommen, weil der betroffene Marc Marquez ist der ultimative MotoGP Superstar, aber man muss auch sagen, dieser ganze Schlamassel, der da entstanden ist, gibt Honda und in weiterer Folge auch allen anderen Herstellern, Teams und Fahrern der MotoGP die Möglichkeit, da diese Unzulänglichkeiten, die es in der Rennleitung gibt, die es bei den Stewards gibt, die es auch generell im Reglement der MotoGP gibt, mal wirklich deutlich aufzuzeigen. Diskutieren tun wir schon seit Jahren drüber, aber jetzt wird das Ganze wirklich auch für eine größere Öffentlichkeit wirklich präsent. Denn da liegt tatsächlich einiges im Argen, viele weitere Fragen bezüglich solcher Long Lap Penalties, wie sie eben Marc Marquez erhalten hat, sind aktuell im Reglement völlig unbehandelt, völlig ungeklärt. Denkt man zum Beispiel darüber nach, was passiert, wenn ein Fahrer eine Long Lap Penalty erhält, aber im Rennen zum Beispiel schon in der ersten Runde stürzt, also gar nicht die Chance hat, diese Long Lap Penalty abzusetzen. Er hat aber am Rennen teilgenommen. Gilt diese Long Lap Penalty dann als verbüßt oder fällt sie einfach aus? Nicht ganz geregelt. Und was passiert, wenn ein Fahrer an einem Grand Prix-Wochenende teilnimmt, aber sich zum Beispiel im Training, im Qualifying, im Sprint oder im Warm-Up verletzt und am Rennen nicht teilnehmen kann? Was passiert dann? Erlischt die Strafe? Bleibt sie bestehen? Alle Sachen, die nicht geklärt sind und wenn man sich das anschaut, dann ist es eigentlich nur eine Frage, bis es da zum nächsten großen Streit kommt. Ja, das war es mit einem kleinen Ausflug in das Regelbuch und in die Rechtsprechung der MotoGP. Ich hoffe, ihr habt euch gut informiert gefühlt. Wenn dem so ist, natürlich immer gerne einen Daumen nach oben da lassen und falls ihr das noch nicht gemacht habt, am besten auch gleich unseren Kanal abonnieren und die Glocke läuten, denn dann gibt es jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir hier neue Videos haben, ist natürlich an diesem Wochenende wieder der Fall. Samstag die große Analyse des Qualifyings und des Sprints und am Sonntag haben wir natürlich das Hauptrennen für euch parat. Also auf jeden Fall dranbleiben. Für heute sage ich danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und ciao.